dp audiobooks präsentiert engelstopas teil 3 der reihe das vermächtnis der engelssteine von saskia louis gelesen von lisa müller wir wünschen viel freude beim hören für henning weil ich bei ihm weder kämpfen noch mich verteidigen musste prolog wir haben immer eine wahl die meisten menschen sind nur zu selbstsüchtig um die richtige zu treffen aber was ist schon richtig und was ist schon falsch das leben besteht aus einer aneinanderreihung von entscheidungen und ich weiß dass diese meine letzte sein wird kapitel 1 gäbe küsste meinen nacken während er mit den fingerspitzen sanft mein schlüsselbein nachfuhr ich schloss die augen und lauschte meinem herzen das aufgeregt gegen meine brust hämmerte und als seine lippen meine fanden und er mich auf seinen schoß zog vergaß ich einfach alles ich vergaß dass wir vor knapp 24 stunden beinahe gestorben wären vergaß dass wir beide unser leben würden geben müssen um die engel zu besiegen ich vergaß dass der erzengel kilian mein vater war vergaß dass meine mutter mich jahrelang belogen hatte und schob den gedanken daran beiseite dass der krieg zwischen engeln und todesengeln kurz bevor stand ich vergaß das flammende diamantschwert vergaß das medaillon um meinen hals und vergaß dass ich nicht vergessen konnte es gab nur gabe und mich seine hände auf meiner haut seinen herzschlag unter meinen fingern und ein energisches hämmern an der tür gabe hielt in seiner bewegung inne und widerwillig schlug ich die augen auf wir lagen mittlerweile halb aufeinander die weiche matratze in meinem rücken meine beine um seine geschlungen während das klopfen gegen die tür penetrant lauter wurde der dumpfe ton zerrte an meinem geduldsfaden der zurzeit zugegebenermaßen dünn gesponnen war gabe setzte sich seufzend auf und ließ seinen kopf mit einem lauten klonk gegen die steinwand fallen ich legte eine hand über die augen nein doch drang leas stimme durch die tür nein wir sind nicht zu hause dass du nicht in deinem zimmer bist weiß ich auch aber ihr werdet hier draußen gebraucht nein wurden wir nicht ich wollte nicht aus diesem zimmer gehen sobald ich diesen raum verließ würde die realität über mir zusammenbrechen ich wollte hier bleiben in meiner blase der blase in der gelb mich liebte und es nichts anderes gab außer ihn und mich meine kitschige kleine blase in der endlich alles gut werden würde in der schmetterlinge herumflatterten pinke elfen tanzten und mein herz mit helium gefüllt war komm später wieder leer das würde ich ja wenn akasha mir nicht solche angst einjagen würde sie hat gesagt dass sie sofort mit euch sprechen will und dann hat sie ihren zeigefinger gehoben ella du weißt dass ich zeigefinger nicht ab kann also komm raus bevor sie auch noch den anderen hebt ich schnaubte und setzte mich ebenfalls hin sie hat doch gerade erst mit gelb gesprochen hat sie nicht rief leer hat sie nicht murmelte gelb hat sie nicht ich sag gelb verwirrt an ich dachte du hättest ihr direkt bericht erstattet er schüttelte den kopf und zeichnete gedanken verloren mein schlüsselbein nach nein ich wollte sicher gehen dass ich hier bin sobald du mit ihren gesprochen hast hallo seid ihr noch da ella ich möchte zu lau ihm geht es nicht gut bitte komm da raus richtig lau lau der von zwei aufeinander prallenden schilden fast zu tode gequetscht worden war natürlich wollte lea bei ihm sein nur ich möchte nicht da raus flüsterte ich und senkte den blick ich möchte sie nicht alle anlügen ich möchte nicht sterben müssen wenn ich durch diese tür ging würde ich mich einen weiteren schritt auf meinen tod zu bewegen jeder meter den ich zurücklegte brachte mich näher an mein ende doch je länger ich bräuchte desto mehr menschen würden sterben wenn ich je in einem dilemma gesteckt hatte dann war es dieses ich weiß flüsterte gelb aber das lügen wird leichter ich bis mir schmerzhaft auf die unterlippe und starrte auf meine im schoß verschränkten hände aber ich will nicht dass es leichter wird ich will keine gute lügnerin werden du hast keine wahl du weißt dass wir ihnen nicht die wahrheit sagen können ella ich ließ die stirn in meine hand sinken und presste die augenlider fest zusammen gelb ich bin mir nicht sicher ob ich das kann ob ich einfach ich weiß wiederholte er leise schloss die arme um mich und hüllte mich in wärme er küsste mein scheitel und seine worte hingen in der stickigen luft als warteten sie darauf dass er ihnen noch etwas hinzufügte doch das tat er nicht was hätte er auch sagen sollen es gab nichts was die situation besser gemacht hätte egal welches szenario ich durchging es endete mit unserem tod es war simpel drei hand in hand die farben entflammen drei geben sich selbst die macht wird zerschlagen die steine vereint die welt zu verdammen wer opfert sich selbst bleibt offen zu fragen es gab drei engels steine den blut opal den todessafir und den engelstopas jeder konnte nur von der dazugehörigen rasse berührt werden den menschen den todesengeln und den engeln zusammen hatten sie die macht menschen in engel zu verwandeln und zerstört werden konnten sie nur indem man ihnen seine energie gab all seine energie es war nur logisch dass gabe und ich dazu auserwählt worden waren uns zu opfern abgesehen davon dass ich schlichtweg der einzige engel war der dieser seite zur verfügung stand waren wir halbwesen halb mensch halb engel beziehungsweise todesengel rein rechnerisch gesehen war es sinnvoll umzunehmen so müssten nur zwei geopfert werden und nicht drei nur logik war nicht das womit ich meinen tod betrachten wollte logik war etwas für mathe aufgaben für statistiken für kalte emotionslose engel nicht für ein teenager mädchen wie mich das endlich mit dem kerl zusammengekommen war den es liebte nur um dann zu erfahren dass sie beide sich bald würden umbringen müssen shakespeare hätte es wirklich nicht besser schreiben können macht ihr da drin rum oder was ich löste mich aus gabe's umarmung und stand vom bett auf wir kommen leer antwortete ich und rieb mir übers gesicht mein kopf schmerzte von all den informationen die er in den letzten zwölf stunden hatte verarbeiten müssen meine glieder schmerzten seit kilian mir all diese energie genommen hatte selbst meine haarspitzen schienen zu schmerzen ich war so müde dass ich das gefühl hatte im stehen schlafen zu können komm murmelte gabe und seine lippen streiften meine schläfe bevor er meine hand nahm wir machen es kurz ich schnaubte genau ist ja kaum etwas passiert in den letzten wochen das können wir locker in einer fünf minuten powerpoint präsentation zusammenfassen wir öffneten die tür vor der leer mit ungeduldiger mine ihr bein mit den fäusten malträtierte als ihr blick mein gesicht streifte schnappte sie schockiert nach luft oh mein gott ist alles in ordnung ich blinzelte und umklammerte gabes hand fester wie um mich selbst daran zu erinnern dass er noch da war klar wir sind da alle leben draus oder wir können uns glücklich schätzen leer starrte mich weiter an betrachtete meine tränen nassen wangen meine verkrampfte haltung ich wandte das gesicht ab ella es ist nicht deine schuld das mit lau und dem todessafir das weißt du oder ihre worte trieben mir erneut tränen in die augen doch ich schluckte sie hinunter und lehnte mich an gelbs seite er hielt mich am boden schien im moment das einzig reale echte zu sein das weiß ich antwortete ich du machst dir keine vorwürfe hackte lea skeptisch weiter nach nein lass uns gehen ja lau wartet bestimmt auf dich und akasha auf uns meine beste freundin sah immer noch besorgt aus doch ihr drang nach lau zu schauen war stärker als der mich weiter zu löchern also schenkte sie gelb der auffällig stumm geblieben war nur noch einen misstrauischen blick und trieb uns dann die engen leeren steingänge entlang die elektrischen fackeln warfen langgezogene schatten auf den boden und der geruch der feuchten erde trieb mir die übelkeit in den magen wir werden sterben wir durchquerten den vollkommen ausgestorbenen aufenthaltsraum liefen durch die flure aus festgetretenem lehm und dreck und stiegen zwei weitere steile treppen hinab die in dem gang zum refugium und zum krankenzimmer mündeten lea verabschiedete sich und zog die hölzerne tür auf hinter der lau wohl noch immer behandelt wurde bevor sie jedoch dahinter verschwand warf sie mir einen weiteren verwirrten und besorgten blick zu der mir fast das herz brach sie machte sich schon genug sorgen hatte so 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 so